Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy X Part 157 Und jetzt machen wir es dann endgültig fertig Indem ich jetzt mal Bahamut beschwöre Ja, ramm dich ins Sinn rein Feuer Mega Flair Machen wir das Teil platt Vernichtend Und da geht es kaputt Oh, war ja das Oh, er stürzt ab Oh, war ja das ist kaputt Oh, war ja das ist kaputt Oh, war ja Direkt neben der Well Oh, war ja das ist kaputt 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 Oh, war ja das kaputt Oh, war ja das kaputt Oh, war ja das kaputt Mit wem muss ich jetzt reden Oh, war ja das kaputt Wie lang geht der Weg Oh, war ja das kaputt Oh, war ja das kaputt Okay 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 Ist das richtig? Wenn ich einen Aeon summon, Sie, Yevon, werden sie mit ihr. Aber zuerst wird es klein sein, nicht wahr? Ja. Dann können wir ihn nicht ohne den finalen Summonen. Ich weiß nicht. Wenn Sie, Yevon, wiederum? Dann nehmen wir ihn wieder. Wir kämpfen ihn, bis es kein Platz gibt, um zu gehen. Das ist gut. Es muss sein. Ich weiß nicht. Das ist gut. 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 Ihr seid. Kommt. 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 Wir machen. Wir machen. Wir machen. Genau. Genau. Das werden wir jetzt tun. Ab nach oben. Ja. Das ist ein langer Gang. Speichern. Vorher. Nach oben. Und jetzt geht's los. Das ist jetzt ein Zeitspiel. Meisterruf. Ich mach es gleich auf Sylim. Auf Anima. Er hat 140.000 Leben. Angriff. Und. So. Und jetzt. Chaos D. Ich hätte ihn mit einem Schlag töten können. Und weg ist er. Ab ins Inneres. Okay. Das ist Synths Inneres. Hm. Das ist Synths Inneres. Oh oh. Ich kenne. Den. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Der hat dieses riesige Auge. Der hat dieses riesige Auge. Ähm. Das hier ist eine gute Gelegenheit. Den Part hier zu beenden. Und das war Let's Play Final Fantasy 10 Part 157. Und. Bis zum nächsten Part. So. 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 So.